Mach's einfach! So, das Video beginnt jetzt, aber folgt zuerst auf allen meinen Social Media Kanälen, Twitter, YouTube, Instagram, ihr wisst doch wie die Filme laufen. Folgt mir auch auf allen Erotik-Seiten, denn ihr wisst, Afrika wird groß. Bruder, jetzt wie heißt du? Hishem, hi. Hishem, wie der Kollege von ABK, kennst du? Äh, ja. Stark, Bruder, Hishems Cousin einfach. Ja, und du? Ich heiße Solina. Solina? Ja. Okay, erste Frage, was für Anime schaut ihr so allgemein? Äh, ich guck's doch schon Anime. Erzähl, Bruder. Äh, ja, One Punch Man, Baki. So, wichtig, wichtig. Baki find ich richtig geil, ne? Baki ist richtig. Ja, ja, liest du Manga von One Punch Man? Ähm, nein, also ich guck überwiegend so Animes. Also du schaust einfach nur? Ja, ja, weil Manga sind teuer und aktuell. So, lesen's auch schwierig. Ja, lesen's schwierig. Lesen's, äh, nein, ich guck schneller, deswegen. Ja, easy. Okay? Äh, ich guck so Inuyasha, oder? Boah, schön. Inuyasha war mein erster Anime, ich guck das immer noch. Und... Okay. Ähm... Du hast ein bisschen Welle. Die Firma daheim, Digga. Die wollen ein bisschen, die wollen schnell rein anfangen, Digga. Hey, yo. Erzähl? Vielleicht auch Kakeguri. Also, es ist ja so im Action, so im Action-Bereich. Auch nur Anime schauen, oder auch Manga lesen? Ne, ich liess mehr Manga als Anime. Erzähl, was für Manga liest du? Ähm, Dangerous Convenience Store, das kennen alle BL-Fans. Was? Dangerous Convenience Store. Boah, das ist... Boah, das ist... Boah, jetzt ist eine ganz wichtige Frage, ne? Was ist der Reiz an das Boisloff? Warum konsumiert man das? Erzähl jetzt. Ich bin gespannt. Es ist einfach... Es ist einfach so... So cool mitzusehen, wie sich so zwei Jungs verlieben. Ja? Ähm... Okay, okay. Ich meine so, jeder ist frei. Es ist einfach so... Wir sind offen für alle, ne? Ja. Jeder kann lieben, wen er will. Ja, ja. Eine Frage, seid ihr zusammen zu euch? Nein. Nein, nein, wir sind Freunde. Freunde? Meine Freundin ist Arbeit. Okay. Ja. Ich wollte ganz fragen, ist das okay, wenn ich dann mit dem zusammenkomme? Dann machen wir Boisloff zusammen. Weißt du? So auf dem so. Hä? Auf jeden Fall, Boisloff ist so ein Genre, wo ich mir selber denke, okay, ich kann verstehen, wo man das konsumiert. Ich denke, es ist einfach süß. Ne? Als Mädchen so zuzugucken, ne? So. Was siehst du noch? Also unabhängig jetzt von dem Genre? Romance auch viel, aber ich bin jetzt nicht mehr so im Anime. Ich hatte auch mal Fantasy geguckt, sowas wie Totoro oder sowas. Kennt jeder. Also Ghibli, ne? Ja. Keine Ahnung. Also es ist halt viele Bereiche, außer so Horror. Horror finde ich gar nicht gut. Ich hatte mal Death Note geguckt, das war geil. Aber so andere Horror, sowas wie Erased oder so, ne. Aber das ist ja kein Horror, das ist ja mehr so Mystery. Ja. Aber trotzdem war einfach langweilig. Ich fand's langweilig, ja. Ja. Habt ihr allgemein eine Top 3, Top 5 Anime? Kannst du das? Ja. Bei dir? Also bei mir allererster Anime. Ich hatte auch Cosplay gemacht. Na Dokumi war Seven Deadly Sins. Auf Dokumi war ich auch, ja. Ich geh auch nächstes Mal Dokumi. Ja, sag. Seven Deadly Sins ist das Beste. Dann? Äh, Seven Deadly Sins. Wer ist dein Rekenscharakter? Elisabeth und Meliodas. Ah. Dann musst du dann diese Szenen auch füllen, wenn ein Melodias andauert die so anpackt und so'n Scheiß, ne. Ey, sag ich so, das ist eklig, Digga, ne. Bruder, ist jetzt nicht irgendwie Melodias 3000 Jahre alt oder so? Ja. Wey, yo, Digga. Aber krank. Ja, ist so, ne. Ne, also zweites wäre immer noch ohne Jahrsschein, wenn euch das einfach egal gewesen. Und drittes, ich weiß nicht, du musst mal versagen. Ja, was soll ich denn sagen, ne. Dritte, was kann man mögen. Attack on Titan, Defno. Oh, Attack on Titan ist scheiße. Oh, erzähl, erzähl, erzähl. Okay, erzähl. Zum ersten Mal, guck, guck. Das ist ne wichtige Aussage, weil, ich hör, jeder sagt Attack on Titan Top 3, Top 5. Erzähl mir bitte, warum. Ich hab erst Anfang geguckt, aber dann war es einfach langweilig geworden. Und viele haben ja auch gesagt, am Ende der Staffel wird es auch besser. Anfang ist auch langweilig. Aber nach der ersten Staffel, ne. Gar kein Bock, ne. Wir schießen heute gegen Attack on Titan, ja? Alle lutschen das hoch, wir schießen jetzt dagegen. Okay, wichtig. Kannst du überlegen mit deinen Top 3? Das dritte heißt immer noch Hinterex Hunter war das Beste. Hunter, Hunter, ne. Geisteskreis, wichtig. Ich guck grad sogar, übrigens, es gibt ja zwei Versionen. Es gibt die 11er Version und die 90er Version. Und die guck ich grad, die 90er Version. Die 90er Version ist besser. Hast du auch gesehen? Hast du beide gesehen? Ja. Wow, Digga, das ist krass, Mann. Okay. Woher erzähl bei dir? Ja, bei mir ist das Rampunch Man, ganz klar. Saitama? Saitama, ne? Saitama, ne? Saitama, das Lachkick, ne? Saitama, das Lachkick. Willst du auch so ein Glatz haben, bitte? Wenn nicht so stark werden wär... Fangen jetzt an, Push-ups und dann Glatze. Wenn ich eine Glatze habe und krieg eine Faust jeden weg, ja, dann nimm ich dafür. Dann, wenn ich sogar ein Haus wegkriege, easy. Dann nimm ich auf jeden Fall. Oh, einfach. Ja, und zweite Anime ist schwierig. Also bei mir ist Dragon Ball Barky. Also beide auf zwei? Ich denk mal beide auf zwei, ja. Aber ich versteh das, weil beide, also in beiden Anime geht's nur um einfach den Typen kaputt zu hauen, ne? So, ne? Ja, das ist das. Du willst doch selber sagen, du würdest jetzt Schlägerei anfangen? Nein, 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 nein. Ich mag es nur, wenn so Mucketypen, die haben auch Familie und so. Ja, genau. Und Freundin und Frau und die wollen ja einfach... Die klassischen einfach, ne? Die klassischen einfach, weil... Ja, einfach so, einfach so, ne? Ja, aber die schützen auch immer was, immer. Ja, die schützen, zum Beispiel Son Goku, den Planeten, der Universum. Maki beschützt seine Freundin. Ja, genau. Ja, also drittens würde ich sagen, entweder Naruto oder One Piece. Aber das ist schwierig. Boah, das ist gut. One Piece, One Piece, wirklich so arg mit Kaido und so, das ist schon... Sag mal ehrlich, Bruder, Naruto oder One Piece, Bruder? Sag mal ganz, ganz ehrlich jetzt? Ich bin safe One Piece. So, safe One Piece ist besser als Naruto. Das Problem ist, Bruder, Bruder, dann... Ich will nicht viel spoilern, aber da was mit Naruto ist und so, kann ich nicht viel sagen. Das ist... Deswegen... One Piece, immer Spannung. Jedes Mal, Crew geht immer hoch. Ja, ja. Deswegen... Okay, dann frage ich euch eine letzte Frage und zwar... Ja. Sogar das eigentliche Thema. Ähm, gibt's etwas, was euch enttäuscht hat in einem Anime? Also wo ihr sagt, das hat mich richtig enttäuscht, das wollte ich... Oh, okay, du bist bereit, ne? Also, Seven Deadly Sins, wie immer, die dritte Staffel, die Qualität war so kacke. Ich sag immer, die Animation war so. Ja, ja. Die war einfach runter dem Bach gegangen, die Animation. Eigentlich, das ist mein Lieblingsserie, aber ich wollte eigentlich aufhören dann. Ich wollte eigentlich aufhören und dann musste ich einfach warten. Ich musste irgendwie auf illegaler Seiten oder sowas. Äh, du willst einfach illegaler Seiten rein, dann, ne? Ja, das hat mich so enttäuscht, diese Qualität. Oder auch dieser... Bei Naruto auch. Also, Naruto sowieso mag ich gar nicht. Mittler versehen. Oh, so. Ist halt mit Mittler versehen. Aber so bei Naruto auch diese deutsche... Diese deutsche Sound, diese deutsche... Echt jetzt? Ich bin Naruto! Echt? Die deutsche Sprache ist so komisch. Echt? Japanisch ist viel besser. Viel viel besser, ja. Ja. Boah, das war ein guter Punkt, ne? Bei mir ist das... Äh, diese Cliffhanger immer am Ende der Animes. Boah, wenn sonst... Wenn das so 25 Folgen hat, Digga, und am Ende ein kalter Stück denkst du, wie geht's weiter, ne? Ja, ich guck... Ich hab nach Kengang Aschuran geguckt. Zweiter Teil. Und jetzt seit zwei, drei Jahren kam nichts. Ja, Neu-Simon angekündigt. Ja, hab ich gesehen, ja, ja. Ist geil. Aber das hat... Ich hab zwei Jahre gewartet. Deswegen, Bruder, sag ich, die Manga lesen, Bruder. Cliff, ich weiß. Aber das ist das Problem. Ich will mich nicht spoilern, weil ich guck immer diese adoptiven Sachen. Ja, ja, dress, dress. Und deswegen, Kengang Aschuran. Auch krasser Netflix-Anime. Kann ich dir euch empfehlen. Ja, 100%! Auf jeden Fall, das war's auch schon. Vielen Dank, Bruder. Also, kein Problem. Sehr cool. Und ich mag den Anime-Taste, ne? In New Yorker, sehr cool. Jetzt haben wir Nami. Auf sehr, sehr witz. Äh, Ace. Auf diese Bootleg-Ace. So Kick-Ace. Der ist auch clean unterwegs. Und Sanji auf süß. Werden sie in uns? Okay. Wir gehen direkt rein. Ähm, was ist eure Top-Anime? Angefangen bei dir, deine Top-5-Anime? Top-5? Ja. One Piece. Weil ich versteht sich von selbst. One Piece sowieso will. Ähm, Tokyo Avengers feier ich auch brutal. JoJo's. Hast du alle Parts durch? Nein, bye, bye. Aber wo bist du? Boah, bei Part 5 oder 4? Bei Giorno. Ja, okay. Ich liebe JoJo. Unnormal, ne? Unnormal wild. Erzähl weiter. Ähm, boah. Bleach guck ich gerade. Bleach ist wild. Boah, Bleach ist richtig nice. Aber ich bin halt auch nicht so weit. Weißt du? So die erste Staffel eben. Okay, okay. Aber es kommt bis jetzt. Ja, also Bleach, sag ich mit Abstand. Eine der Besten, eine überhaupt. Und das wird später noch so stark. Und dieses Jahr kommt noch eine neue Season raus. Krass einfach, Digga. Sag ich ehrlich. Und weiter? Und Nana. Ich kenne die Schilder, muss man gucken. Nana, das ist ja Musikanime, oder? Ja, ja. Mit so einer Band, ja, ja. Ja, okay. Okay, Nana, okay. Rainer, bei dir? Wie ist das mit dir? Also, ne? Erstes ist ja klar, ey. Also alle One Piece wahrscheinlich, ne? Also ehrlich? Ich habe es noch nicht durchgeguckt. Ja, du bist dabei, wenigstens. Zweitens ist... Boah, kenne ich überhaupt mehr als 5 Anime. Also... Wer meint der? Nein, nein, nein. Auf jeden Fall. Zweitens ist bei mir, glaube ich, Food Boss. Boah! Weil ich Essen liebe. Ja, weil ich Essen liebe. Ja, weil diese Milchütten, Bruder. Die essen einmal Döner. So, oh mein Gott, Döner. Das ist krass, ja. Okay, 10 weiter. Boah, Naroucho auf jeden Fall. Naroucho Food and Classic. Ja, Attack on Titan würde ich sagen. Auf jeden Fall. Boah, und als nächstes ist Backe Monogatari. Kennst du den? Uuuuh! Nicht wegen dieser... Ja, ja. Aber... Underrated. Man sagt dir so, Bruder, Backe Monogatari ist richtig crazy, ne? Also ich sag dir ehrlich, ich habe, glaube ich, so 3, 4 Folgen geguckt. Bruder, ab und zu zeigen die so echten Menschen. So die Hände von denen. Oder diese eine Szene in dem Stadion mit dem Vampir. Erinnerst du dich noch? Mit den Filmen. Ja, ich weiß, was du meinst. Mit dem Baby. Fucked ab, Bruder. Und bei dir, Bruder? Boah, also das Ding ist, ich habe keine so Reihenfolge von dem her. Aber auf jeden Fall Naroucho, Saiki. Geil! Wo Saiki sich will. Richtig. Bruder, ich sag so, der Humor ist geil. Aber die reden alle so in 100 Geschwindigkeiten, ne? Bruder, das ist richtig verrückt. So weiter? So dann auf jeden Fall noch Attack on Titan. Boah, Haikyuu liebe ich. Haikyuu war Kuroko, Bruder? Hast du Kuroko gesehen? Kuroko in der Basket? So, nee, noch nicht. Okay. Hast du nur von den großen Sportsachen nur Haikyuu gesehen? Also ich habe mal Free angefangen, aber... Free ist aber eher so sass. Ja, habe ich schon. Deswegen habe ich noch mal angefangen und weiter. Ich habe eine Season guckt und dachte so, ey, ich weiß jetzt nicht. Okay, jetzt sind wir bei dir? One Piece natürlich selbstverständlich. Dann Troop Troop Revengers, das ist auch Bomber. Ja, Haikyuu ist auch cool. Und Nana ist auch cool. Ja. Hattest du da angeschaut? Ja. Oh nein. Wir schauen uns gerade wie dritt. Ja? Ja. Genau. Und ja, Attack on Titan ist auch cool. Ich denke, Attack on Titan ist ein Trend hier. Also in den Fall ist das richtig, ne? Und dann habe ich es vor. Ich bin Chika. Karaguyasama? Bruder, ich hab... Ey, ey, no front, ne? Ich denke mir immer so, guck, ich bin so ein Typ, bruder, ich brauche so meine Kämpfe. Ich bin nicht Solo, bruder. Weißt du, das wollte ich. Aber wenn ich so Karaguyasama, dann denkst du mir so, was ist der Reiz dran, bruder? Erzähl, was ist der Reiz? Würdest du so tanzen machen mit dem Pickarick? Und ich weiß nicht, aber manchmal brauche ich einfach so was, wo nicht so viel Action ist. Wo man einfach entspannt gucken kann. Und einfach Chika ist mein absolute favorite character. Ist die Pickarick? Oder wer ist Chika genau gewesen? Die, die mit lila Haaren. Die so ein bisschen dumm ist. Die ist ein bisschen crazy, bruder. Die tragst du auch für deine Frau und du scheitern die crazy mit dem Spiel, ne? Ich bin ehrlich, hast du Kündigstenschen von Kündigwitz gesehen? Ja, ja. Boah, Ichika. Bruder, was für Ichika? Ich weiß nicht, was deine Persönlichkeit ist. Erzähl, was macht ihr? Also es ist diese mit den orangenen Haaren. Ja. Und das Ding ist, die sind halt immer ein bisschen so dumm, aber richtig so die Farbe. Du bist so der Mann und die macht so alles für dich Mädchen, ne? Und die ist so ein bisschen, ich merke, bruder. Nicht ganz so. Aber gut, wir gehen da rein direkt rein. Was sind eure Top 3 oder Top 2, je nachdem wie ihr könnt, Liebenskajak-Themen? Bei dir angefangen. Boah, ich hab so viele. Also Draken aus Tokyo Revengers. Ja. Der ist Bombe. Ja. Also du sagst du Mikey schlechter als Draken? Also Draken spricht mich einfach mehr an. Der ist so dieser coole so. Ja, genau. Mikey ist so im Banker weiß ich nicht. Also bist du auch aktuell im Banker? Ja, ein bisschen kaputt gemacht dann am Ende aber. Ja, ja. Okay, okay. Dann Ace. Aber der hat drei Sekunden Screentime. Oder? Drei. Das ist genug. Das reicht. Der muss einfach nur cool aussehen. So. Wie geht's? Das reicht schon, ne? Ja, dann direkt. Dann direkt. Ja. So. Der ist big. Der ist wirklich auch ein Mann einfach, ne? Ja. Der ist ein Macher. Bestmacher. So. Umsetzer. Bei dir? Erstes. Yamato. Von Ron Fies. Yamato ist ein Mann, Bro. Ich sag dir ehrlich. Das ist eine Person, Bro. Ja. Sag mal, du bist mächtig. Sag mal, du bist mächtig. Sag mal, du bist mächtig. Ne? Die würde so diese Umschnelldildo unternehmen, oder? Du weißt, ne? Du weißt, oder? Das ist ein Mann. Aber erzähl weiter. Ich weiß wie aussieht, Bro. Das ist geil, ja. Also dann würde ich sagen, Soma aus Food Wars. Super. So. Finde ich ganz sympathisch. Mikasa. Boah. Okay. Mikasa, Bro. Das ist ein Frauentyp. Die ist süß. Aber die ist so... Wenn die nicht verliebt ist, ist sie besetzen. Wenn die einmal sieht, du zählst mit anderen Mädchen. Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? So heißt sie, die wird so abgehen. So weißt du? Okay. So solltest du diese... Aggressiven Gehörten so? Nein, da, Bro. Bitte. Boah. Es gibt viele. Also auf jeden Fall ist es genau das selbe, wie sie sind. Boah. Cool. So ein Mann. Weißt du? Das ist die Szene, wo der so zum ersten Mal revealed wurde. Und der transmitt so langsam so. Du musst dann immer größer. Und der macht dann sowas wie, ich steh auf der Spitze über alle Clans. Boah, geil. Bad Dance. Das können wir mal rein. Dann schon. Schon Jotsuba, wie gesagt. Aus 15 Stunden Blitz. Boss Attack on Titan, glaube ich. Hanji. Oh, Hanji. Cooler Thing. Hanji. Manga, alles? Beides. Müsst du auch Manga sein? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay, klar. Bei dir? Also Sorge King, darüber müssen wir gar nicht reden. Warum kein Sorge King Cosplay? Ja. Beim nächsten Mal. Denkst du mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Und Shanks ist auch ein Bomber. Shanks, der war so eine Sekunde da, aber der ist krass. Der ist fast, der ist einfach Maschine. Aber das Ding ist, das sind so Charaktere, die müsst ihr einfach nur so gucken. Ja. Und dann sind sie immer krass, ne? Auf jeden Fall. Und? Noch? Und aus Tokio Raven war es Bhaji. Wer? Bhaji. Wer war das nochmal? Der mit den schwarzen langen Haaren. Ah, in der ersten Season der, ne? War das der? Ja. Ja, ja. Okay, okay. Aber wo ist Hanji? Aber das ist nur so Werbung so, ne? Nee, das ist so die Hints, weißt du? Ja, okay. Ich weg, weg. Ich sage so, die Cosplay sind cool. Also, ich mag die Cosplay. Du bist All Might, ne? Und ein Hawks. Hawks, ne? Und die Flügel-Hawks. Eingepackten Rucksack, ne? Ja. Ja, okay. Und bei dir? Darby, ne? Ja. Darby finde ich cool, ja. Allgemein Meinung zu Mario & Akademia? Seid ihr Anime oder Manga aktuell? Beides. Beides. Okay, jetzt ohne zu spoilern, wie findet ihr allgemein die Serie grad? Ist Bock die grad? Bock fristig. Ja? Wieso? Äh, vom Manga her würde ich grad sagen, eher nicht so. Uh, ja. Kannst du Punkte nennen, ohne zu spoilern, warum? Gefällt dir grad? Es wird alles ein bisschen komisch, gerade mit den Quirks, ja. Hm, okay. Was sind so Punkte in einem Anime, die euch vielleicht enttäuscht haben? Wo ihr sagt, boah, das hat mich richtig enttäuscht in diesem Anime. Oder allgemein Punkte, die euch in Anime enttäuschen. Fällt da euch irgendwas auf? Irgendwas vor? Ist das Ende. Ich meine, es ist immer das Finale, weil man dann hohe Erwartungen hat und dann ist das so, Dragon Ball halt. Ja, ja. Ja, so Dragon Ball ist so, wie soll man das zu Ende machen? Weißt du das? Ja. Wenn die was ziehen, wie Kaugummi gefühlt. Wenn die so Folgen... One Piece Anime. Ja. In die Länge ziehen, so, oh. Das ist so. Hat noch welche Punkte, wo ihr sagt, ah, das ist... Wenn irgendwas keinen Sinn ergibt. Deutsche Synchronie irgendwo, wo man denkt, okay, das ist jetzt weird, warum ist das so? Äh, genau. Ich guck nicht hab Deutsch, von daher. Ja. Nur japanisch, ne? Oh, wir sind Whips, wir gucken nur japanisch, 100%. Wir sind Whips. So, ne? Ja, ja. Und One Piece ist zwischen euch der Zeit ein bisschen. Und One Piece ist ab und zu aus wie Durchfallen, ne? Ja, ja. Jetzt gerade Wanokuni ist heftig, aber wenn du so rüber guckst, keine Ahnung, dresslos, das sah echt shit aus. Natürlich. Aber ist das so, ne? Ich will nicht sagen, One Piece-Fan, aber ich bin ehrlich so, ne? Ja, manchmal ist schlimm. Ja, auf jeden Fall. Aber Dragon Ball ist auch nicht immer gross. Ja, ja. Aber Dragon Ball hat einen coolen Vibe. Ja. Diese Ästhetik ist cool, diese Musik auch. Ja, aber das neue ist super. Ja. Oh, super, ist gut. Da gab es so eine Folge, wo Son Goku so, der war so ein Zeichentrick, also der war so Strichmännchen gefühlt, hat dann gekämpft gegen Bedos, also super. Aber der letzte Ark, habt ihr das gut? Habt ihr uns gut? Nicht ganz durch, nicht ganz durch. Ich habe es aber verfolgt und die Trunks-Ark fand ich gut. Ja, der war gut. Alles, was danach ging, fand ich ein bisschen zu krass. Wann? Okay. Du sagst gerade für mich irgendwie, das war zu viel. Ich weiß, die wollen es so steigern, das geht nicht mehr. Ja, das war so einfach zu viel Einfluss, sagst du, ne? Mhm. Ja. 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 Ja.